Ich meine, du hast ja natürlich das Schwierigste überhaupt ausgesucht. Das Liebeslied. Wir haben 1577. Über die Liebe ist bereits alles gesagt worden. Was soll da noch kommen? Alles fühlt auf, wenn es dich nur sieht und die Gefühle, die ich in mir trage. Ich bin begeistert von dir, William Shakespeare. Ist das gerade tatsächlich passiert? Solange Menschen atmen Augen sehen, willst du in meinen Liedern fortbestehen, fortbestehen. Das ist das Schönste, das ich je gehört habe. Und das hast du für mich geschrieben? Will, warum denn ausgerechnet jetzt? Was meinst du? In zwei Wochen ziehen wir vor Ort von hier nach Canterbury. Nein. Wir haben noch zwei Wochen. Ich schreibe gegen uns jetzt, wenn und an, wenn ich schreibe, kann ich alles erreichen. Die Träume, die ich hab, die sind aus festem, reichem Holz. Sie handeln von dem wahren Glück, von Erfüllung und von Stolz. Ja, alle Träume führen mich in meine eigene Welt. Und ich kann nicht Rücksicht nehmen, ob dir das gefällt. Meine Träume sind aus Gold und ich wollt ihnen drin. Das ist der unzerstörbare Schlaf, aus dem meine Träume sind. Aus dem meine Träume sind. Schreib nicht an mich, schreib über mich. Mach uns beide unsterblich.